Der Basiswert ist das wichtigste Ausstattungsmerkmal eines Zertifikats und macht das Produkt erst zu dem, was es ist. Denn der Wert eines Zertifikats wird wesentlich durch den Wert des Basiswerts bestimmt. Der Deutsche Derivate-Verband stellt unter anderem Informationen zu Basiswerten selbst, aber auch zu Zertifikaten mit diesem Basiswert zur Verfügung. Der Basiswert des Monats November ist die Heidelberg Zement AG und dies hier sind die wichtigsten Daten und Fakten zum Stichtag 27. Oktober 2017. Die Heidelberg Zement AG ist eines der weltweit größten Baustoffunternehmen. 60.424 Mitarbeiter an mehr als 3.000 Standorten in rund 60 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 15,16 Milliarden Euro. Es wurden über 103 Millionen Tonnen Zement und rund 42 Millionen Kubikmeter Beton abgesetzt. Die Aktien von Heidelberg Zement sind im DAX vertreten und ihr Allzeithoch am 9. Mai 2007 lag bei 110,63 Euro. Auf den tiefsten Stand fielen sie am 25. Juni 2003 mit 16,90 Euro. Den größten Tagesgewinn konnten die Papiere am 10. März 2009 mit einem Plus von 20,67 Prozent erzielen, während der größte Verlust mit einem Minus von 21,93 Prozent am 17. November 2008 eintrat. Derzeit können Privaterleger aus mehr als 9.000 strukturierten Produkten die für sie passende Anlage auswählen. Hierfür stehen je nach Risikoneigung, Rendite, Wunsch und Markterwartung rund 4.600 Anlageprodukte und 4.400 Hebelprodukte zur Verfügung. Die Aktie der Heidelberg Zement AG ist damit ein sehr beliebter Basiswert bei den Zertifikateanlegern in Deutschland. Bei diesen Informationen handelt es sich weder um eine Empfehlung noch um eine Meinung des DDV, welcher Basiswert sich besonders gut entwickeln könnte. Es geht lediglich um ganz allgemeine Informationen zu einem bestimmten Basiswert, der in Deutschland unter den Käufern von Zertifikaten beliebt ist.